Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Also wie gesagt, würde mich wundern, wenn das der einzige Schwanze-Turm jetzt war. Die Quest wurde aktualisiert. Ja, er versucht in die vierte Festung zu gelangen. Ja, das entweder jetzt schon mal. Von mir aus! Ah ja, Feuerspeite, Knochen-Terrors sind hier. Die Nitten, Genossen. Zeit zur Stoff! Was ist passiert? Was wollen die? Also ja. Hier könnten wir Verluste einstecken. Wo kommen die her? Aber auch nicht viele zum Glück. Okay. Oh ne, halt. Was haben wir verloren? Einen Werfer. Das heißt, wir bilden jetzt erst einmal die Champions, die wir verloren haben neu aus. Und die Werfer, die wir verloren haben. Na gut, was sollen wir erwarten? Das sind Level 50 Ungetüme. Gegen Level... 23 Trolle. Sind verdammt elementarresistent. Ganz ehrlich, hier wären Paladine nicht schlecht. Mal kurz gucken, was passiert, wenn ich hier den Weg hochlaufe. Einmal außen rum. Nach da hinten. So könnte ich ja theoretisch die Knochen-Dinger umgehen. Also ja, die Festung hier, die liegt komplett in Trümmern. So wie sie aussieht. So wie sie aussieht. Passierte, mehr oder weniger. Und ja, hier kommen wir dann eh nicht durch. Ja, das Rauschen gerade klingt nicht so berauschend. Ja, hier kommen wir nicht durch, oder? Nee. Also zurück zur Armee. Wart, dass unsere paar Truppen angeht, hat schon kommen. Ja, Champions. Das ist ein echt laufende Panzer, wenn man sich so anzieht. Was ist? Im Gegensatz zu den nackten Aufbeulten. Der einfachsten Einheit. Sollte jetzt eh nicht mehr viel geben. Was ist denn gut? Nein, das geht nicht stärker rum. Der was besitzt. Auch gut. Wir müssen halt durch das Tor da durch. Nö, das Tor führt nirgends hin. Hier müssen wir lang. Und hier müssen wir lang. Geht's los? Was ist? Was denn? So. Dann töten wir gleich noch den zweiten. Geht's los? Bei den... ...Kerlchen. Dann müssen wir doch gucken, was da hinten am Ende der Festung auf uns lauert. Also wie es aussieht, geht die Festung bis hier hinter. Ja. Hä? Komischer Eiszapfen. Achtung! Moin! Wo ist meine Keule? Die sollen weggehen! Hey, das Batsch sterbt nicht so viele Trolle. Oh. Ja, hallo. Vorwärts! Schlagt sie zurück! Nicht so langsam! Los, ihr Sklaven! Erseuft sie in ihrem Blut! Was denn? Das ist doch mal sehr... Schön. Geht's los? Ups. Ach. Was ist denn gut? Okay, sie kommen aus allen Richtungen. Was wollen die? Hier kommt Verstärkung, Runenkrieger. Verschwindet! Los, vorwärts, Katai. Nehmen wir sie in die Zange. Was ist passiert? Ihr habt euch reichlich Zeit gelassen, Alia. Privileg einer Dame. Jetzt redet nicht. Kämpft! Was wollen? Okay, mal jetzt noch die Champions. Wo kommen die her? Zeit zu sterben! Was ist passiert? Verteidigt euch! Was wollen die? Wir wollen aufs jeden Fall auf die Klappe. Was ist da? Was ist da verstanden? Was wollen die? Na, wir können die Champions gerade nicht so nachbilden. Was ist? Wie wir unsere... Wo kommen die her? Was ist passiert? Was wollen die? Verschwindet! Verschwindet! Oh, da ist auch Wood. Die sollen weggehen! Was wollen die? Verschwindet! Was ist passiert? Ohne es zum Glück nicht ganz, Timo. Verschwindet! Aber er haut gut was weg. Das ist das Hauptproblem. Was wollen die? Verschwindet! Was ist passiert? Verschwindet! Verschwindet! Was ist passiert? Also für mich zieht es jetzt gerade erst einmal Rhohn auszuschalten. Was ist passiert? Oh, Stufe 39 für das Töten von Rhohn und alles andere ist auch gestorben mit ihm. Ja. Ich gehöre das Portal weiter nach Katai. Geht's los! Ich habe dadurch einen guten Schwell an Erfahrungspunkte gesammelt. Stärke einzogen. Einmal boosten. Oh, neue Kampffähigkeit. Was habe ich denn gekriegt? Leben sammeln. Äh, finde ich jetzt nicht so berauschend. Aber wir sollten jetzt in der Lage sein, einen noch besseren Bogen zu benutzen. Ja. Schmerzsinger. Herzfinder 16. Also noch zwei Level. Brauche ich wieder Geschicklichkeit und Stärke. Jetzt ist dann aber mal weiße Magie. Also ich werde Geschicklichkeit und Stärke noch weiter boosten. Aber wir werden dann mal in weißer Magie weitermachen. Hier auf 12 bringen. Ich glaube auch, dass jetzt hier alles leer ist. Portal nach Katai. Sehr schön. Oh nein, hier ist noch eine kleine Gruppe. Gruppe. Trolle. Was ist? Was ist? Portal zu den brennenden Felsen. Rump und seine Wachen. Ist schwächer als seine Wachen. Was denn? Darf ich töten? Darf ich töten? War schön. Ach.